Hier hat Matthias auch schöne Weihnachtsdeko, alles super schön, der schöne Weihnachtsbaum, der ist 2,20 Meter oder 2,80 Meter hoch, unseren schlafenden Nikolaus und hier haben wir einen kleineren Nikolaus und hier einen stehenden Nikolaus, der spielt sogar Saxophon, wenn man ihn anmacht. Und hier die schönen Lämpchen, alle schön dekoriert.